Liebe Zuschauer, heute möchte ich Ihnen einen Politiker vorstellen, der sich leidenschaftlich einsetzt für die sozialen Belange seiner Mitmenschen und unverblümt seine Meinung sagt. Ich meine den 80-jährigen Norbert Blüm. Er gehört zu den bekanntesten deutschen Politikern. 16 Jahre lang war er unter Bundeskanzler Kohl Arbeits- und Sozialminister neben vielen anderen politischen Ämtern, die er bekleidet hat. Ob er sich zu dem Ausspruch, er sei ein Herz-Jesu-Marxist, heute noch bekennt, wie ihn spöttischerweise seine Parteifreunde gelegentlich genannt haben, das erfahren wir gleich von ihm. Er ist nach wie vor ein engagierter, gläubiger Katholik. Herr Dr. Blüm, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen und uns eingeladen haben in Ihr wunderschönes Bonner Haus. Als ich mich in diesen Tagen ein bisschen intensiver mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass sich Ihre Menschenfreundlichkeit wie ein roter Faden durch Ihr Leben hindurchzieht. Wie kommt das? Ich weiß gar nicht, ob das Lob so uneingeschränkt gilt. Ich kann auch böse werden. Leider. Also ich bin nicht immer nur ein lieber Mensch. Aber ich weiß eins, dass freundlich sein glücklicher macht als gehässig sein. Es ist auch klug, freundlich zu sein. Aber nicht, weil es klug ist, soll man freundlich sein, sondern weil es ein Wert an sich ist. Ich habe mal in einem Ihrer Bücher gelesen, dass sie die goldene Regel Jesu beherzigen möchte. Behandelt den anderen Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Das geht, glaube ich, in diese Richtung. Ich habe gerade von den sozialen Belangen gesprochen. Und Sie sind ja eigentlich bis auf den heutigen Tag immer noch interessiert an Menschen, denen Sie in irgendeiner Weise helfen können. Noch vor einem Jahr waren Sie in dem Wüstenstaat Katar zusammen mit einem deutschen Fernsehteam, mischten sich unter die anderthalb Millionen Gastarbeiter und wollten herausfinden, unter welchen Bedingungen Sie hier leben. Was hat Sie eigentlich dazu veranlasst, dieses gefährliche Unternehmen anzugehen? Ja, Fußball ist ja Volkssport, fasziniert die ganze Welt, ist aber auch ein großes Geschäft. Und wenn unser Jubel, unser Spaß, unsere Freude am Fußball erkauft wird mit den Leiden von Millionen von Arbeitern, die die Stadien bauen, in denen in Katar die Weltmeisterschaft stattfinden soll, dann ist dieser Jubel unerträglich. Ein Jubel, der mit Schreien und Leidensschreien erkauft wird. Und ich war da, weil ich mir nicht von anderen erzählen lassen wollte, wie es dort ist, sondern das mit eigenen Augen sehen wollte. Franz Beckenbauer hat ja gesagt, dass er in Katar keine Sklaven gesehen hat. Da kann ich ihn nur bestätigen, in den Hotelhallen, in denen Herr Beckenbauer zu Hause war, gibt es keine Sklaven. Aber ein paar Kilometer weiter dort, wo die Prachtstadien gebaut werden, dort schuften Menschen, Sklaven, von wegen Gastarbeiter, das Wort ist eine Lüge, das sind Sklaven. Die müssen erst einmal Geld bezahlen, damit sie überhaupt dort arbeiten dürfen. Ich meine, da regen wir uns über die Schleppe am Mittelmeer auf, unter dem Dach der FIFA, des angesehenen Weltfußballverbandes, findet Sklaverei statt. Die müssen Geld bezahlen, wenn sie ankommen, kriegen sie erst einmal den Pass abgenommen, damit sie nicht abhauen können. Und die Lebensbedingungen, unter denen die arbeiten, da würde hier der Tierschutzverband eingreifen. Und das alles unter dem Deckmantel großer Sprüche. Wenn ich die Konferenzen des Weltfußballverbandes, das ist ja eine Welt der Korruption. Und das muss entlafft werden. Was haben Sie da erreichen können? Ich meine, es ist bekannt geworden, auch hier in Deutschland, dass Sie sich zum Sprachrohr dieser Leute gemacht haben. Hat das irgendwelche Reaktionen ausgelöst? Ja, ich weiß, dass man auch nicht mit einem Besuch die Welt verändert, aber die öffentliche Meinung ist eine Macht. Und vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass Herr Platter gehen musste. Ich meine, ich bin nicht der Held, aber vielleicht ist die ganze Diskussion über die Korruption an der Spitze des Weltfußballverbandes auch durch Spiele aus Katar beflügelt worden. Und ich meine, das könnte leicht verändert werden. Wenn zehn Weltfußballer, zehn Stars, Ronaldo, Schweinsteiger, Messi und noch ein paar sagen würden, in solchen Stadien spielen wir nicht, wäre der Spaß über Nacht zu Ende. Also wir brauchen dafür keinen Krieg. Der Konsument ist eine Macht. Und wenn du nicht mehr mitspielst in die ganzen Spiele umsonst. Dass so etwas heute noch möglich ist und die Sprüche, die ich da gehört habe, von wegen die Arbeiter, die dort arbeiten, die sind an die klimatischen Bedingungen auch gewöhnt, anders als wir Mitteleuropäer. Ich will darauf aufmerksam machen, dass ein großer Teil dieser Arbeiter aus Nepal kommt. Da ist meines Wissens der Himmelaya. Und soweit ich weiß, ist es da nicht sehr warm da oben. Die arbeiten unter der Gluthitze der Sonne. Zehn Stunden. Und wenn sie abends heinkommen, dann werden sie eingeferscht in Quartiere. Zehn Mann in einem Zimmer. Für hundert Mann drei Toiletten. Für hundert Mann drei Kochstellen. Da könnte ich mal ausrechnen, wann der Letzte sich waschen kochen kann. Und wann der Letzte sein Essen kochen kann. Wenn hundert Mann drei Toiletten, das sind auch gleichzeitig die Waschgelegenheiten haben. Das unter den Bedingungen des hoch angesehenen Weltfußballs. Leider gibt es nur wenige, auch wenige Fußballstars, die unverblümt ihre Meinung sagen. Sie heißen nicht alle Norbert Blüm. Aber ich meine, die Zuschauer müssen auch mitmachen. Man muss das nicht... Ich meine, welche Idiotie? Warum war man demnächst mal ein sehr abfahrtslaufender Sahara oder wie? Ich meine, ich baue doch auch in Grönland nicht Bananen an. Man muss doch nicht überall alles können. In Katar beispielsweise waren die Handball-Weltmeisterschaften. Da ist Katar ins Endspiel gekommen. Da hat aber kein einziger, ich glaube, einen Katar-Spieler mitgespielt. Das waren alles gekaufte Spiele. Ja, aber was hat das mit Weltmeisterschaft zu tun? Können doch gleich das versteigern. Wer am meisten Geld hat, den erklären wir zum Weltmeister, braucht er vorher nicht zu spielen. Es kommt aufs selbe raus. Leider ist es so. Geld regiert die Welt. Sie waren als Sozial- und Arbeitsminister hier in Deutschland immer dafür bekannt, dass Sie sich für die Belange der Arbeiter, der Arbeitnehmerschaft eingesetzt haben. Könnte es damit zusammenhängen, dass Sie mal fünf Jahre lang als Werkzeugmacher beim Opel-Werk in Rüsselsheim gearbeitet haben? Ach, sogar etwas länger, aber nicht. Ich gebe zu, den größten Teil meines Berufslebens habe ich nicht an der Werkbank gestanden. Aber ich weiß, was ein Schraubstock ist. Das ist kein Stock für Schrauben. Ich weiß, wie die Welt der Arbeiter aussieht. Und ich weiß, dass unsere Gesellschaft zusammengehalten wird von den Leuten, die jeden Tag zur Schicht gehen. Ob sie gut gelaunt sind oder schlecht gelaunt sind, jeden Tag ihre Flücht erfüllen. Ob am Schraubstock oder als Lokführer. Und dass eigentlich wir die Leistung dieser Menschen ungenügend würdigen. Ich will gar nicht von Neid reden, aber es kann nicht stimmen, dass Bonuszahlungen für Manager in einem Jahr so hoch sind, wie ein Arbeiter ein Leben lang nicht verdienen kann. Wie 100 Arbeiter im Leben lang nicht verdienen können. Ich bin nicht für Sozialismus, ich bin nicht für Gleichmacherei. Aber so kann der Unterschied nicht von der Leistung begründet werden. Und dass Geld sich selbst vermehrt ein Automatismus ist, dass du mit Geld mehr Geld verdienen kannst als mit Arbeit. Das halte ich für ein Stück des Irrsinns, der die Welt regiert. Aber ich bin auch sicher, das Spiel wird irgendwann, ich glaube, sogar schneller als wir ahnen zu Ende sein. Dollarbillionen umkreisen den Erdball, die nichts mit Arbeit, nichts mit Wertschöpfung, nichts mit Dienstleistungen zu tun haben. Reine Spekulation, reine heiße Luft. Das ist die Hochstabelei zum System gemacht. Nicht als eine Ausnahme- und Verbrechenssystematische, die Hochstabelei. Die globale Finanzwirtschaft ist systematische Hochstabelei. Denen Sie, die Hochfrequenzhandel an der Börse, da wechseln die Aktien die Besitzer in Tausendstel von Sekunden. Kein Mensch weiß, wer jetzt gerade Besitzer ist. Das ist gerade so magisch. Da hat sich sozusagen die Aktie, das Eigentum, das Kapital völlig vom Mensch emanzipiert. Das rast, beschäftigt sich mit sich selber, um aus einem hundertstel Sekunden Vorsprung den Zuschlag für den Gewinn zu bekommen. Ja, das ist kollektiv organisierter Irrsinn. Und wie magisch das inzwischen geworden ist, von wegen rationaler Welt. Es gab Börsentate, da mussten die den Hochfrequenzhandel abstellen, weil sie nicht erklären konnten, wieso plötzlich Aktien abhauen. Da musste die Maschine abgestellt werden. Das ist so wie der Zauberlehrling. Er hat nicht mehr das Stichwort gewusst, um die Besen zur Ruhe zu bringen. So ähnlich ist der Aktienstand magisch. Geradezu unterschaubar. Und das in einer Welt, die die Vernunft und die Ration, den wissenschaftlichen Fortschritt als letzten Schrei der Evolution feiert. Ja, das ist nicht der letzte Schrei. Das ist Rückfall in primitive Zeiten unter dem Deckmantel, dem Nadelstreifen uniformierten Gehabe von großen Managern. Während Sie diese Ausführungen machen, werde ich an eine umfunktionierte Anbetung erinnert aus den 68ern. Da hat man nicht mehr gebetet, Vater unser dir, du bist im Himmel, sondern Kapital unser, dass du bist im Westen. Sie sind eigentlich ihrer Linie immer treu geblieben und haben sich, wie gesagt, zeitlebens auch für die Menschen, die eben nicht im Überfluss leben, eingesetzt. Sie haben nach ihrer Zeit bei Opel in Rüsselsheim noch mal studiert, auf dem zweiten Bildungsweg, Philosophie, Germanistik, Geschichte und Theologie, und dann auch den Dr. Phil erworben. Ihr großes Vorbild für die sozialen Belange war der Jesuitenpater Oswald von Nell Bräuning, von dem Sie eigentlich bis zu seinem Tod begeistert waren. Und das war wohl auch Ihr großes Vorbild. Was zeichnete ihn aus? Ein Mann von überzeugender Einfachheit. Kein Bedürfnis nach Prestige. Sein Leben, ein Leben im Dienste der Menschen. Zu seinem 100. Geburtstag hat er gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, das Unrecht, das die Kirche den Arbeitern im 19. Jahrhundert angetan hat, wettzumachen. Das war sein Leben. Und was ich bewundere, dass er große Wahrheiten so einfach ausdrücken konnte. Zum Beispiel? Er hat gesagt, die zeitlosen Wahrheiten der katholischen Soziallehre lassen sich auf die Größe eines Fingernahels schreiben. Was ist die zeitlose Wahrheit? Die zeitlose Wahrheit findet in einem Satz ihren Niederschlag. Der Mensch ist wichtiger als die Sache. Kapital, Reichtum, Brech, alles Sachen. Arbeit ist nicht Sache. Arbeit ist Ausdruck unserer menschlichen Existenz. Die Menschheit hätte überhaupt nicht überlebt ohne Arbeit. Und Arbeit ist mehr als tierische Betätigung. Wir schaffen uns die Welt so, dass wir darin leben können. Wir müssen uns die Welt erst herrichten. Kein Tier muss die Welt sich herrichten. Das nimmt seine Umwelt an und richtet sich ein. Wir, die Menschen, können in der Eiseswüste, der Eiseskälte der Aktis überleben und unter der Glutsonne der Sahara schafft kein Tier. Warum? Weil wir uns die Welt zurichten. Miteinander. Als Tier, als Lebewesen sind wir ungeheuer schwach, schwächer wie alle anderen Lebewesen. Wir schaffen es nur als Arbeiter. Und das macht die große Würde aus. Aber das sind schon viele Worte, die in dem einen Satz, über den sich nachzudenken lohnt, zusammengefasst sind. Der Mensch ist wichtiger als die Sache. Und wir bieten die Sachen an. Geld ist eine Sache. Es ist kein Selbstzweck. Es erfüllt seine Funktion als Tauschmittel, als Wertaufbewahrungsmittel, als Maßstab, aber nicht als Herrschaftsinstrument. Das ist aber zum Herrschaftsinstrument. Du kannst mit Geld heute fast alles machen. Du kannst sogar Leben kaufen. Leihmütter. Du kannst die Gebärmutter kaufen. Ja, wo sind wir hingeraten? Du kannst mit Geld Dummheit ersetzen. Du kannst mit Geld Schönheit ersetzen. Alles. Und manche glauben sogar, man könne die Liebe bezahlen. Welche Degeneration. Das ist ein neuer Imperialismus. Ich meine, es gibt ja makabere Rechnungen. Rechnungen von Automobilfirmen, die die Rückholaktion eines störanfälligen Autos unterlassen haben, weil die Rückholaktion mehr Geld kosten würde, als den Schaden für Menschen zu bezahlen, die beim Unfall zu Tode kommen. Ich erzähle keine Märchen. Das Auto heißt Pinto von Ford. Es gibt noch solche Beispiele. Da ist ganz cool gerechnet worden. Durchschnittlicher Wert eines Menschen 200.000 Dollar. So viel muss man durchschnittlich an Schadensersatz für den Unfall bezahlen. Und dann haben die ausgerechnet, wenn ich 41 Millionen Pinto Autos zurückrufen muss, was kostet das und was kostet das, wenn 500 Leute im Jahr an einem Unfall aufgrund einer falschen Tankaufhängung sterben. 500 mal 200.000 waren weniger Geld, als es gekostet hätte, das Auto umzurüsten. Das nenne ich ja nur als Beispiel, damit niemand glaubt, ich erzähle jetzt irgendwelche Märchen, so irgendwie lyrische Erküsse über Geld und so. Nein, so weit sind wir. Oder eine große Zigarettenfirma hatte an einem Staat, der die Zigarettensteuer erhöhen wollte, gesagt, da verlierst du, da nimmst du weniger Geld ein, als wird mehr geraucht. Wenn mehr geraucht wird, sterben die Leute früher. Da muss die Rentenversicherung weniger bezahlen. Das ist kein Kabarett, was ich hier mache, oder wilde Geschichten von irgendwelchen revolutionären Spinnen oder Ideologen. Das ist die brutale Wirklichkeit der Geldwirtschaft. Makabe. Es ist gut, dass es noch solche Philosophen wie sie gibt, die auch diese Zusammenhänge denkerisch noch einmal uns bewusst machen, wohin wir gelandet sind und was daraus geworden ist, dass wir das Geld mehr oder weniger anbeten. Es gibt Experten, die sagen, dass keiner das Sozialgesetzbuch so geprägt habe in Deutschland wie sie. Sie sind seit 2002 von der politischen Bühne abgetreten, aber sie sind auch gelegentlich als Gastprofessor tätig gewesen, und zwar im Zusammenhang mit der christlichen Soziallehre, von der wir ja gerade einige anschauliche Beispiele bekommen haben. Und zwar unter dem Leitthema Soziallehre jenseits von Kapitalismus und Sozialismus. Könnten Sie noch einmal ganz kurz ein wenig fortsetzen, was in diesem Zusammenhang der Schwerpunkt ist? Ich glaube, dass Kapitalismus und Sozialismus, das sind ja die politischen Ideologien, die dem Individualismus entsprechen und dem Kollektivismus auf der anderen Seite, dass sie Teilwahrheiten beinhalten. Der Liberalismus, Kapitalismus, die Teilwahrheit, dass der Mensch Einzler ist. Das stimmt ja, jeder von uns ist unverwechselbar. Und der Sozialismus, Kollektivismus, dass der Mensch Gemeinschaftswesen ist. Ohne Gemeinschaft werden wir gar nicht überlebensfähig. Ich mache das nicht nur im biologisch-physischen Sinne, sondern auch als geistiges Wesen. Ich spreche beispielsweise mit einer Sprache mit Ihnen, die ich nicht erfunden habe. Ich nutze sie nur. Also beide haben Teilwahrheiten. Und die eigentliche ganze integrierte Wahrheit liegt zwischen beiden. Der Mensch ist sowohl Individuum wie Sozialwesen. Und das ist das christliche Menschenbild. Und deshalb gibt es eine Ordnung, wie wir sie suchen, immer nur als gemischte Ordnung. Die sowohl Freiheit für den Einzelnen verlangt, aber die Freiheit auch begrenzt. Die kann nicht wild sein. Deshalb auch Solidarität. Deshalb auch soziale Sicherheit. Eine Freiheit ohne soziale Sicherheit. Das ist die Freiheit des Tierreiches, in dem bekanntlich der große Fisch den kleinen Fisch frisst. Und eine soziale Sicherheit ohne Freiheit. Das ist die Sicherheit des zoologischen Gartens. Da sind die Tiere wohl versorgt, aber hinter Gittern. Also weder Sozialismus noch Kapitalismus bieten die Antwort. Wir suchen nach einer Lösung zwischen beiden. Marktwirtschaft schon, aber nicht nur. Sie hat ihre Grenzen. Es gilt das Tauschprinzip nicht in allen Lebensfragen. Liebe beispielsweise hat nichts mit Gegenleistung zu tun. Und wenn eine Liebe mit vorher sich ausrechnet, was er da gewinnt dabei, dann soll er es besser bleiben lassen. Also gibt es für dieses Tauschprinzip, Leistung für Gegenleistung, gibt es Grenzen. Und diese Ordnung in Balance zu bringen, zwar in einer dynamischen Balance, die wird nie endgültig sein. Die wird immer neu eingependelt werden müssen. Und das scheint mir auch ein Vorzug der christlichen Soziallehung. Wir glauben nicht an Endlösungen, an fertige Lösungen. Wir bleiben immer Vorletzte im Bereich der vorletzten Lösungen. Und alle, die behauptet haben, sie hätten das Patentrezept, sie hätten die Lösung aller Rätsel, die haben nicht den Himmel gebracht, den sie versprochen haben, sondern die Hölle. Es sind eher die Kompromissfähigen, die das Zusammenleben möglich gemacht haben. Und deshalb wird eine christliche, verantwortliche, inspirierte Politik immer selbstkritisch bleiben. Wir sind nicht fehlerfrei und wir müssen bereit sein, aus unseren Fehlern zu lernen. Wenn ich jetzt in die Bibel hineinschaue, dann glaube ich, dass eine Richtschnur für dieses Handeln, das Sie jetzt gerade erläutert haben, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist. Was zeichnet eigentlich dieses Gleichnis auch in unserem Zusammenhang aus? Also das ist ein doppelbötiges Gleichnis. Erst auf den ersten Blick und damit erfüllt es ja auch seinen Sinn, helfe dem in Not Geratenen. Wenn man mal die ganze Bibelstelle sich ansieht, ist da noch mehr enthalten. Das Gleichnis ist nämlich die Antwort von Jesu auf eine Fangfrage. Auf die Fangfrage, wer ist dein Nächster? Und darauf hätte ein orthodoxer Jude antworten müssen, mein Glaubensgenosse, mein Bruder, meine Schwester. Jesus antwortet nicht mit einer abstrakten, theoretischen Antwort. Er sagt, es fiel einer unter die Räuber. Es ging vorbei, ein Levit, es gingen alle vorbei, nur der Samariter nicht. Der Samariter hat ihn unter die Räubergefallenen aufgelesen und hat nicht gefragt, welchen Glaubens bist du, warum, sondern wer ist dein Nächster? Die Antwort des Samariter-Beispiels heißt, der unter die Räubergefallene, der ist dein Nächster. Das ist der Hintersinn. Die neue Definition, dein Nächster ist der in Not befindliche. Nicht dein Glaubensbruder, nicht dein Rassenfreund, nicht dein Volksangehöriger. Wer in Not ist, das ist dein Nächster. Und das ist eine revolutionäre Idee. Was hat die Menschheit leiden müssen? Weil zunächst alle erklärt wurden, die gleich denken, die gleiche Hautfarbe haben, die gleiche Religion haben. Das sind alles Widersprüche zum Gleichnis vom Samariter. Also hat der Samariter-Beispiel nicht nur diesen Hilfsappell, helfe, sondern es ist die Definition einer Welt der Geschwisterlichkeit, einer Welt der Gleichheit aller Menschen. einer prinzipiellen Gleichheit, weil alle Kinder Gottes sind. Egal, reich, arm, dumm, schwarz, weiß, groß, klein, katholisch, evangelisch, muslimisch. Alles sind, das entscheidet nur, bist du, brauchst du mich. Dann bist du mein Nächster. Dieses Gleichnis erzählt Jesus ja den Schriftgelehrten, die ihn fragen, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme. Das ist die erste Frage. Ja. Und er antwortet ja darauf, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Was hat eigentlich die Nächstenliebe mit der Gottesliebe zu tun? Ja, wir begegnen Gott im Nächsten. Ich meine, in der Tat hat dieses Beispiel zwei Stufen. Die erste Stufe ist die Gleichheit von Gottes und Nächstenliebe und die zweite Stufe, wer ist der Nächster? Aber die Gleichheit von Gottes und Nächstenliebe zeigt uns, dass wir Gott erfahren in der Liebe zu anderen. Dass Liebe die originale Gotteserfahrung ist. In Hass ist Gott nicht erreichbar. Gott wird nur in Liebe erreicht. Und deshalb erreichen wir ihn über, ist die Liebe zu Mitmenschen, ist das Paterat zur Liebe zu Gott. Ich meine, einer der größten, finde ich, theologischen Sätze, der stammt von Augustinus, Liebe und tu, was du willst. Daraus könnte geschlossen werden ein Programm der Willkür. Nein, wenn du wirklich liebst, kannst du nicht schlecht sein. Da kannst du nicht hassen, da kannst du nicht töten, da kannst du nicht stehlen, da kannst du nicht lügen. Also ist die Liebe das alles umschließende Gebot und sie definiert die Liebesfähigkeit, definiert unsere Menschlichkeit und sie ist eine Gottesgabe. Johannes schreibt einen Brief an die Christen und sagt, wenn du sagst, du hasst deinen Bruder, dann ist die Liebe Gottes nicht in dir, dann weißt du auch gar nichts von Gott. Sodass Menschenliebe und Gottesliebe hier irgendwo einander bedingen. Oder auch wie im Vaterunser, es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir jetzt die Gottesfrage noch ein wenig näher beleuchten, Sie kommen ja aus einem katholischen Elternhaus und waren auch Messdiener. Darf ich da Sie unterbrechen? Das stimmt nur zur Hälfte. Ich komme aus einem Elternhaus mit einer streng gläubigen Katholikin und einem lauen Protestanten. Ich bin das Produkt einer Mischehe und was für mich eine ganz wichtige Erfahrung ist. Denn mein Vater Protestant, meine Mutter Katholikin, die haben sich ein Leben lang lieb gehabt. Die haben ein Leben lang sich die Treue gehalten. Obwohl mein Vater ein Leben lang meine Mutter genext hat, wie ich das nenne. Und ich immer in Sorge war, ob ich ihn denn im Himmel auch noch treffen würde als Protestant. ihm deshalb den Ratschlag gegeben habe, doch den Konvertitenunterricht aufzusuchen und katholisch zu werden. Das hat er abgewehrt mit dem Satz, Banditenunterricht gehe ich nicht. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Was zeigt die Ehe der Katholikin Gredl mit dem protestanten Christian? Die Grenzen der Kirche sind nicht die Grenzen der Liebe. Und das muss die Kirche auch lesen. Die Liebe ist größer als die engen Grenzen der Kirche. Und wer es nicht wusste, soll sich bei meiner Mutter und beim Vater erkundigen, wenn er sie da oben trifft. Ja, Sie sind aber katholisch erzogen worden oder sind auch katholisch getauft worden und sind dann auch Messdiener gewesen. Hat sich eigentlich Ihr damaliges Gottesbild verändert, wenn Sie an das heutige Gottesbild denken? Ja. Und ich hoffe, es verändert sich immer weiter. Ich habe ja Gott nicht im Besitz, wie ich einen Pfund Kartoffeln im Besitz habe. Ich hoffe, dass ich immer neue Facetten entdecke und dass ich ihn immer besser verstehe. Ich glaube, dass ich ihn, der 80-jährige Norbert, Gott besser verstehe als der 5-jährige Norbert. Ich entsinne mich, dass Gott doch mit vielen Ängsten verbunden war. Ich habe in meiner Kindheit sehr unter der Furcht gelebt, was passiert am jüngsten Gericht. Was ist, wenn es gedonnert hat, habe ich schon gefürchtet, das sind die Anzeichen, die Vorbeugen des jüngsten Gerichtes. Da muss ich sagen, da war der Glaube doch auch mit Furcht verbunden. Und das halte ich für einen Fehler. Auch in meiner religiösen Entwicklung muss diese Phase überwunden werden. Und es ist ein falsches Verständnis immer vom strafenden, tobenden, rächenen Gott. Das ist altes Testament. Und so wie die Menschheit vom Alten Testament zum Neuen weiterschreit, das ist doch auch ein Erziehungsprozess. Wir werden von Gott erzogen. Er entfaltet sich in der Geschichte im neuen Antlitz. Vielleicht kann uns die Naturwissenschaft auch ein ganz neues Bild von Gottes Unendlichkeit, die früheren Zeiten nicht zur Verfügung standen. Wenn ich höre, dass in der Kosmologie die neuesten Erkenntnisse darauf schließen, dass der Kosmos älter wird, dass er ermüdet, welcher Stoff für transzendente Träumereien. Wenn es ein Ende hat, hat es auch einen Anfang. Und so hoffe ich, dass ich immer mit neuen Ideen gefüttert werde, denn ich gebe zu, es begleiten mich in den 80 Jahren auch die Zweifel. Und hätte ich nur meinen alten sieben Sachen von Gott zusammengehalten, ich wäre längst, ich hätte es längst aufgegeben. Also glaube ich, gehört zum Glauben auch die Sehnsucht, Gott besser zu verstehen. Sonst wird man ihn nicht verstehen. Herzlichen Dank. Gott ist größer, sagt mal Johannes in einem seiner Briefe, als unser verzagtes Herz. Und das ist auch sehr tröstlich zu wissen, dass diese Botschaft keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft ist. Ich bin dir gut. Ich habe mal gesagt, diese Formulierung habe ich von Heinz Zahnt übernommen. Er sagte einmal, der Unterschied zwischen den nicht-christlichen Weltreligionen und dem Evangelium besteht darin, dass es in den nicht-christlichen Weltreligionen heißt, Mensch sei gut. Man appelliert an die Moral, dass er aus eigenem Willen sich versucht, in Anführungsstrichen den Himmel zu verdienen. Und im christlichen Glauben heißt es, und da sagt Jesus, Mensch, ich bin dir gut. Ohne Vorbehalte und ohne Vorleistungen nimmt er mich so an, wie ich bin. Und das scheint mir eine Frohbotschaft zu sein. Ich finde den wesentlichen Unterschied zu anderen Religionen. Ich kenne keine Religion, wo Gott den Menschen so nahe kommt als im Christentum. Gott wird Mensch. Ich kenne keine, vielleicht zu Besuch mal in anderen Religionen, auf der Wanderschaft. Aber er wird ja nicht nur Mensch. Er teilt die Existenz des Menschen bis zum letzten bitteren Tropfen des Todes am Kreuz. Er teilt die Existenz des Menschen in der Niederlage. Er ist nicht der Prototyp des Siegers. Und im menschlichen Aspekt ist er ein Gescheiteter, ein Verbrecher, der ans Kreuz geschlagen wird. Wo gibt es mehr Säkularisierung als im Christentum? Dass Gott Mensch wird bis in die letzte Konsequenz. Nämlich, dass er scheitert. Ein Gott, der scheitert. Ich kenne keine Religion, die diese Botschaft verbreitet. Also Gott, nicht der Ferne, Böse, sondern mein Nächster. Aber der doch auch meine Schuld auf sich genommen hat und der letztlich aus dem Tod auferstanden ist und uns zuruft, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also ist der Tod nicht das letzte Wort. Ja. Aber diese Einsicht, die teilen die Christen mit vielen Menschen. Ich glaube sogar, dass viele Atheisten diesen Glauben haben und viele sich nicht eingestehen. Denn mit dem Gedanken Leben, alles ist aus im Tod. Das ist sehr heroisch. Und ich glaube, dass den Menschen eine tiefe, nicht nur Sehnsucht, eine tiefe Wahrheit eingeboren ist. Die Vermutung, dass das Leben nicht alles ist. Und diese Einsicht teilen wir mit vielen Menschen hin. Das ist die Überzeugung aller der Menschen, für die es Religion gibt. Und das Gegenprogramm ist das Programm des Atheismus, das es gibt. Ich sage Respekt, wer diesen Heroismus aushält. Ich glaube nur, dass doch, und sei es in der Todesstunde, vielen dämmert, es kann nicht alles gewesen sein. Ich habe mal einen Aufsatz schreiben lassen, der heißt, was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Und da habe ich 530 junge Leute schriftlich anonym gebeten, aufzuschreiben, was sie tun würden, wenn sie nur einen Tag zu leben hätten. Und einige schrieben dann, ich habe mir eigentlich geschworen, als Atheist zu sterben. Aber wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, würde ich mir darüber Gedanken machen, was war eigentlich der Sinn meines Lebens. Und ich befürchte, wenn ich die Sinnfrage befriedigend beantworten soll, komme ich nicht um die Gottesfrage herum. Und ich würde meinen Schwur brechen, nicht an Gott zu glauben, weil ich irgendwo das Bedürfnis habe, nach dem Tod weiterleben zu wollen. Das würde bestätigen, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Jedenfalls stelle ich mir vor, dass die letzten Weisheiten der Wissenschaft mir keinen Trost geben in der letzten Stunde. Also die Relativitätstheorie ist so erstaunlich, dass ich sie nicht begreife, was heißt selbst, ich begreife sie nicht. Aber selbst wenn ich sie begreifen würde, wäre es kein Trost für mich. Dann hätte ich eher Sehnsucht nach Bach als nach Einstein. Weil bei Bach die Transzendenz mitklingt in seinen großen Motetten. Obwohl Einstein als Jude auch am Ende gesagt hat, es gibt nur eine Stelle, wo es kein Dunkel gibt und das ist Jesus Christus. Das finde ich also sehr erstaunlich. Ja, die größten Wissenschaftler haben dieses Schauden sich bewahrt. Von Einstein stammt auch der Satz, Gott würfelt nicht. Also es ist schon ein Baumeister im Spiel, der nicht Zufall und Chaos zum Programm hat, sondern der ein Ziel auf dieser Welt hat. Und für mich ist eine der großen Visionen die Theologie von Thea Deschardins, dass die ganze Welt sich in einem großen kosmischen Prozess befindet, zu einer Vergeistigung, an deren Ende die Personalisierung eines Gottes steht. Und dafür gibt es doch mehr als ein Anzeichen, dass die Welt, die Materie unwichtiger wird. Die Energie wird wichtiger. Wenn ich die Wirtschaft sehe, nicht dass die Substanzen, sondern die Ideen werden wichtiger. Für Investitionen oder für den Erfolg eines Unternehmens ist heute wichtiger die richtigen Ideen. Nicht die Hüte. Es entmaterialisiert sich die Welt. Wir merken es so nicht. Und was ist denn, wenn ich, das ist doch schon fast mystisch, mit dem Handy in der Kommunikation mit der ganzen Welt sein, ohne dass greifbare Stoffe in der Welt sind. Aus meiner Sicht alles Vorboden einer Spiritualisierung der Welt. Ich finde es so interessant, dass seinerzeit schon Platon vor 2000 Jahren von den Ideen sprach. Und heute sagt man, und das haben Sie gerade schon angedeutet, dass es eine Wechselbeziehung gibt zwischen Materie und Geist. Wenn wir an die Weiterentwicklung der Atomphysik denken, an die Quantenphysik, da spricht man von dieser Wechselbeziehung. Da löst sich auch sozusagen die Materie auf. Sie wird sozusagen ins Ungreifbare verwandelt. Und das sind doch alles Spuren, die wegführen von einem dumpfen Materialismus. Man könnte sogar auch das Gottesbild der Dreifaltigkeit kaum erklären. Das sind Gott als Beziehung, als Relation, nicht Gott als Substanz. Genau. Ich habe vor zwei Wochen eine Predigt gehalten über die Dreifaltigkeit und sagte in dem Zusammenhang, dass der Kosmos diese Dreifaltigkeit widerspiegelt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht mal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nicht mal, wenn wir von den Atomen sprechen, von den Neutronen, von den Protonen und Elektronen. Nicht überall findet sich diese Dreiheit und so offenbart sich der Dreieinige Gott als Beziehungswesen. Und das finde ich so großartig. Der Mensch nach Leib, Seele und Geist. Und all diese Dinge passen in diesen Rahmen hinein. Ja. Und wir verwirklichen uns in Beziehungen. Ja. Wir werden Ich über das Du. Wir werden kein Ich in Selbsthilfe. Genau. Wir basteln nicht unser Ich, sondern wir werden mit anderen. Also sind die Beziehungen das die Humanität konstituierende Element. Und das ist immateriell. Genau. Und man sagt, der christliche Glaube ist einfach eine Beziehungsreligion. Nicht? Ich darf diesen Gott Vater nennen und ich darf mich als ein Kind verstehen und so weiter und so fort. Ich finde das toll, dass ich mit einem langjährigen Arbeits- und Sozialminister über theologische Fragen sprechen kann. Und Sie haben ja auch Theologie studiert und einer Ihrer großen Lehrer war der vorige Papst Benedikt XVI. Was haben Sie von ihm gelernt? Ja. Bendikt von vielen unterschätzt ist kein Romantiker der Theologie, sondern die strengen Kriterien der Vernunft dienen auch die Fehlentwicklung der Religion zu korrigieren. So in dem großen Gespräch mit Habermas hat er gesagt, die Wissenschaft muss gereinigt werden von ihrer Überheblichkeit durch die Theologie. Aber die Theologie muss von der Wissenschaft vor ihren Fehlentwicklungen bewahrt werden. Und dass er ein Mensch, ein Papst war, in der die Vernunftkategorien eine große Rolle spielen, das zeigt er mit seinem Rücktritt. Das ist eine aus meiner Sicht völlig unterschätzte Leistung des Papstes Benedikt. Er legt das Amt des Papstes nieder, weil er sagt, ich bin ihm nicht mehr gewachsen. Das ist eine Entmythologisierung des Papstamtes. Das zeigt den Papst als Diener. Servus Servorum Dei ist einer seiner Titel. Er dient Gott, er ist nicht Gott auf Erden. Und dass er das Papstamt niedergelegt hat, möglicherweise hilft uns das auch in der Ökumene, nämlich dieses Papstamt zu reinigen von monarchischen Missverständnissen. Der Papst, das habe ich bei ihm gelernt in Vorlesungen, ist nichts anderes als der Vorsitzende der Tischgemeinschaft, der um den Tisch versammelte. Wer mit dem Bischof von Rom in Tischgemeinschaft, in Communio ist, der ist katholisch. Das war seine ursprüngliche Funktion in einer unübersichtlichen Welt des niedergegangenen Altertums, also der niedergegangenen römischen Reiches. In dieser Welt sagt der Bischof von Rom, wer mit mir das Brot bricht, isst in der Kirche. Also ist er der Notar, der schöpft aus dem Glauben, der um den Tisch versammelt. Er hat keine Spezialleitung zum lieben Gott. Und so könnte die Unfehlbarkeit des Papstes wieder eingemeindet werden in den Glauben der Kirche, über den er nicht steht, sondern aus dem er schöpft. Er ist sozusagen der Notar der Einheit und nicht der Monarch. Ja. Ich finde an ihm auch so toll, dass er also Glaube und Vernunft nicht gegeneinander ausspielt, sondern sagt, wir dürfen unsere Vernunft gebrauchen. Nicht der Apostel Paulus sagt, wenn ihr euch die Schöpfung anschaut, dann braucht ihr eigentlich nur euren Verstand einzuschalten und dann könnt ihr ahnen, dass dahinter ein Gott steht und dass das nicht alles durch Zufall entstanden ist. Und das sagt euch schon eure Vernunft. Dass wir mit Denken nicht Gott erfassen, das wäre Hybris. Aber dass wir mit Denken uns ihm auch nähern. Beten ist auch Denken oder Denken ist auch Beten, nämlich ein Meditieren über das, was er eigentlich ist. Und das ist nicht eine Sache von seichten Gefühlen, sondern auch von der Anstrengung der Ratio. Dass die Ratio natürlich nicht alles ist, sondern dass es also auch Phänomene gibt, die über den Verstand hinausgehen. Das sagte uns damals schon Blaise Pascal, der bekannte französische Philosoph, von dem Sie ja auch sehr viel halten, wie ich in Ihren Büchern gelesen habe. Ich finde diese Formulierung sehr schön von ihm, wenn er sagt, es gibt nicht nur die Logik des Verstandes, sondern es gibt auch die Logik des Herzens. Und das hat andere Gründe als der Verstand. Ja. Aber die Verstand und Herz in der Denkweise des Pascal befruchten sich auch. Immerhin war dieser Pascal einer der größten Mathematiker, den die Welt hervorgebracht hat. Und die Mathematik ist ja nun das Fach der Abstraktion. Das war gleichzeitig ein fanatischer Gläubiger. Im positiven Sinne. Im positiven Sinne. Ja, genau. Und diese Logik des Herzens, damit ist ja vor allem auch Glaube, Liebe und Hoffnung gemeint. Ich finde das interessant, dass Erich Fromm, der bekannte Psychoanalytiker, der kein frommer Mann war, aber immer wieder gesagt hat, wir müssen von unserem technischen Verstand her nicht loskommen. Aber es gibt darüber hinaus Grundbefindlichkeiten, die wichtiger sind als das, was wir nur mit dem Verstand erfassen können. Und das sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Ideen, die auch andere große Wissenschaftler immer wieder gesagt haben, dass das Wissen nicht weggewischt wird, aber transzendiert wird durch Glaube. Selbst so ein Mann wie Habermas, der von sich gesagt hat, er sei nicht sehr religiös, nicht sehr musikalisch, hat gesagt, die Aufklärung hat jene Ressourcen nicht genutzt, die die Religion bietet, um Menschenwürde zu deuten. Auch sprachlich nicht genutzt. Oder Horkheimer, Frankfurter Schule. Am Ende seines Lebens war er sich durchaus bewusst, dass aus der Religion aufklärerische, emanzipative Elemente zu finden sind, die den aufrechten Gang des Menschen stabilisieren. Natürlich hat die Religion viele Sünden in die Menschen gedrückt und erniedrigt, große Sünden, aber es darf darüber nicht das emanzipative Element. Du bist vor Gott genauso groß wie der König. Und wenn der arme Bauer in seiner Sonntagsmesse in der Absicht der Kirche dem abgebildet sah, dass der König genauso vor dem Weltenrichter zittert wie er, dann war das eine geradezu sozialistische Nivellierung. Das Herrschende wie Beherrschte vor Gott alle zittern. Und wenn der Michelangelo an die Stirnseite der Sixtinischen Madonna die Verdammten und die Geretteten malt, unter den Verdammten einen Papst reinmalt, dann zeigt das mit dem Gut oder Böse, ist das mit hierarchischen Kategorien nicht einzuteilen. Sie erwähnten gerade Max Horkheimer, er galt ja als der geistige Vater der Studentenrevolte. Ich hatte kurz vor seinem Tod mit ihm ein mitternächtliches Gespräch und er sagte in dem Zusammenhang, rein wissenschaftlich gesehen gibt es kein Argument, warum ich nicht einen Menschen töten soll, wenn ich mir dadurch nicht persönliche Vorteile verschaffen kann. Und diese Erkenntnis habe ihn zurückgeführt zu dem Gott seiner Väter, er ist von Hause aus Jude, und zu den Zehn Geboten. Und dann sagte er den Satz, Politik ohne Religion ist letztlich absurd. Er merkte also, dass dieser Gottesbezug auch für das Fortleben der Menschheit von ungeheurem Wert sei. Und deswegen sind alle Religionen, leisten einen Beitrag zur Humanisierung der Welt. Ich meine, wir sollten das nicht für das Christentum monopolisieren. Ja, nur würde ich persönlich sagen, diese Form des Christentums ist aus meiner Sicht, aber das kann ich ja nur von mir selbst bezeugen, insofern einmalig, weil eigentlich dieser therapeutische Charakter in dem christlichen Glauben besonders ausgeprägt ist. Mensch, ich bin dir gut. Wenn Jesus sagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass wir keine Vorleistungen bringen müssen, und das ist ja typisch auch für alle anderen Weltreligionen, sondern dass wir von Gott so angenommen werden, wie wir sind. Deswegen bin ich ja Christ und nicht Buddhist und nicht Muslime, aber ich sehe auch in den Religionen, denen ich nicht angehöre, diesen Grundansatz, die Welt ist noch nicht alles. Ja. Und hinter der Welt, die ich begreife, gibt es noch eine zweite. Und wenn das stimmt, dann dürfen wir mit der Welt auch nicht alles machen, was wir wollen. Das ist richtig, ja. Wenn die Welt nur die Welt ist und es sonst nicht gibt, dann können wir alles machen. Wenn wir die Ahnung haben, dass die Welt nicht alles ist, dann darf auch der Welt nicht alles gemacht werden, was gemacht werden kann. Deshalb auch der Schöpfungsbefehl, dass wir die Erde bewahren sollen, dass wir eine Verantwortung haben, dass wir Mandatsträger letztlich sind. Ich finde das auch sehr hilfreich und bewundernswert von Ihnen, dass Sie sich auch mit Atheisten auseinandergesetzt haben. Und ich denke an ein Buch, das ich in diesen Tagen gelesen habe, das heißt Streit über Gott. Sie haben sich also den Fragen eines sehr intelligenten Journalisten gestellt. Dieser Journalist heißt Peter Henkel. Das heißt also ein Briefwechsel zwischen einem gläubigen Christen und einem Atheisten. Und zwar speziell über die Gottesfrage. Ich glaube, dass das in unserer Zeit unendlich wichtig ist, wenn wir über den Glauben sprechen, dass wir uns fragen, gibt es einen Gott, an den ich glaube? Wenn es diesen Gott nicht gibt, dann fällt im Grunde alles zusammen, was mit dem Glauben, auch mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und wenn das so ist, dann lohnt es sich auch zu streiten. Ja. Ich meine, ich bin dafür, dass wir uns darüber streiten, ohne Gerechtigkeit. Ja, ich verstehe. Aber wir streiten uns über die lächerlichsten Sachen auf dieser Welt. Und dann nicht zu streiten, gibt es Gott oder nicht Gott. Zu sagen, das wäre belanglos, das finde ich ja geradezu banal, um nicht zu sagen Depp. Also es lohnt sich, über Gott zu streiten. Wenn es etwas mit unserer Existenz zu tun hat, lohnt der Streit sich mehr als über die Frage, wann der Wind der Schlussverkauf, ob der zur richtigen Zeit ansetzt. Solche Streit sind vielleicht auch unwichtig. Das ist im Grunde die Frage aller Fragen. Und dieser Frage stellen sie sich, und er ist natürlich sehr hartnäckig, er versucht seinen Standpunkt nun zu verteidigen. Das ist sein gutes Recht. Sie versuchen ihren christlichen Standpunkt zu verteidigen, aber sie versuchen auch mit fairen Mitteln zu kämpfen, auch wenn es zwischendurch manchmal ein bisschen hitzig geworden ist. Ein Argument, das er natürlich immer wieder anführt und das sich auch wie ein roter Faden durch diesen Briefwechsel hindurch zieht, ist die These von Ludwig Feuerbach der Projektion. Nicht Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, sagt er, sondern wir haben Gott nach unserem Bild geschaffen. Also Gott ist ein Wunschbild des Menschen. Wie reagieren Sie darauf als Christ? Also kein Tier ist auf die Idee gekommen, sich ein solches Wunschbild zu schaffen. Kein Tier war zu fähig, die Frage zu stellen, was kommt nach dem Tod. Und ich glaube, dass diese Frage unserer Natur, der Humanität eingegeben ist und nicht eine psychische Deformation. Sie unterscheidet uns vom Tier. Nicht die Fähigkeit zur Projektion unterscheidet uns vom Tier, sondern die Ahnung, dass es etwas gibt, was mehr ist als wir. Und ich denke, dass Gott uns diesen Wunsch nach ihm auch ins Herz gelegt hat. Sie haben ja vorhin Augustinus, den bekannten Kirchenvater, zitiert und Sie kennen das bekannte Wort, das ich häufiger auch in solchen Fernsehgesprächen immer wieder uns bewusst mache. Wir sind zu dir hin geschaffen, oh Gott, und unser Herz ruht so lange, bis es... Nein. Ich glaube, dass der Mensch religiös war, bevor er Werkzeuge hergestellt hat. Ja, ja. Dass der Homo religiosus, das ist der Ursprung des Menschen. Der hat Wände bemalt, nicht weil ihm dadurch das Leben leichter geworden wäre. Der hat nicht nur für Nahrung gesorgt und Überleben und Fälle, sondern er hat seine Sehnsüchte an die Wand gemalt. Kein Affe macht das. Es ist in uns eingelegt, über uns hinaus zu denken. Und das bezeichnen Sie in unser Herz gelegt. Du hast es in unser Herz gelegt. Ja. Wir sind zu dir hin geschaffen und unser Herz ist so lange unruhig, bis es ruht in dir. Wir Anthropologen, die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, der gebrauchenden Werkzeuge. Bevor er Werkzeuge gebraucht hat, hat er gesungen. Ja. Nur die Gesänge sind leider nicht mit ins Grab gekommen. Ja, ich verstehe. Deswegen meinen wir, dass sozusagen der Werkzeuge gebraucht, das sind halt die Instrumente, die nicht verwest sind, die nicht verrottet sind. Und damit definieren manche die Menschwerdung des Menschen. Ja, bevor der Mensch eine Steinachst betätigt, hat er wahrscheinlich gesungen. Hat er wahrscheinlich religiöse Sehnsüchte ausgedrückt. Vielleicht war es der Antrieb zur Sprache. In unserer modernen Wissenschaft geht es darum, ich glaube, um zu erkennen. Man kann die ganze Wissenschaftsgeschichte als eine Folge von Hypothesen beschreiben. Was Sie diesen Heiligen, diesen sogenannten Heiligen, zuschreiben. Dann den Thomas von Aquin, den würde ich gerne mal fragen. Das war wahrscheinlich einer der klügsten. Und erzählen Sie doch mal von dieser Begegnung in der Brigittenkirche in Danzig. Also, Ihr Vertrauen auf den Heiligen Geist, der wird seine Wege finden und die Geschichte hat tausend Eingänge, die offenstehen. Abonniert die Leute auch. Dann gehen Sie doch mal zum Leben auf den kidney. Und dann gehen Sie doch mal vom Segen ٩. Vielen Dank.